Guten Morgen liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angelvideo. Wir sind heute an der Havel unterwegs und wir sind sogar zu viert. Mats ist noch dabei, den ihr ja schon kennt und Marco, der noch nie einen Raubfisch gefangen hat und schon irgendwie fünf Jahre in Angeschein hat. Es hat jetzt ziemlich geregnet, wir sind schon kurz raus, mussten aber abbrechen und ja jetzt geht es gleich richtig los und wir schauen mal so was die Havel zu bieten hat. Biber haben wir doch schon gesehen und einen kleinen Barsch hatten wir auch schon, aber dann wurde der Regen so stark, dass wir die ganze Geschichte abgebrochen haben. Ja und jetzt versuchen wir Marco und einen Raubfisch zu organisieren. Wird geil. Barschmatz, Barschmatz. Barschmatz. Barschmatz wird sich noch durchsetzen. Weltweit. Barschmatz. Klappt das mit Marco? Nein. Pietri, Marco, wie hast du gefangen? Ja. Was ist das? fucking monster echt. fucking monster echt. Meter, 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 Meter. Mach langsam, mach langsam. Der hat einen Meter, Mats. Das ist dein PB. Mach ganz langsam. Gib ihm Zeit. Das wird nicht die letzte Flucht sein. Alter, das ist ein richtiges Schiff. Alter, ich hab die Bremse fast zu. Jetzt ein guter Boot. Immer verlängern. Na, mach du mal bitte. Oh, Engry, Engry, Engry. Marco, lass es. Ach du Scheiße. Pass auf mit dem Motor auf. Kannst den Motor hoch drinnen? Nee, passt schon, passt schon. Das ist ein dicke Motiv, würde ich sagen. Motor, Motor. Pass auf. Rute runter, rute runter. Und rute ganz ins Wasser. Kannst du noch weiter rüber gehen, Marco? Kannst du weiter rüber gehen? Ja, ja, ja. Komm bitte. Alter, das ist echt Hardcore. Turntfisch. Ja, der ist echt stark. Da ist er. Jetzt kommt er langsam. Alter, der ist so riesig. Der ist so riesig, Mats. Der ist echt riesig. Der ist so riesig. Das dauert noch. Was ist denn los? Juuu. Mats hat uns motiviert. Ich wollte doch motivieren. Hast du ein Maßband? Ja. Richtig. Marco, kannst du schon was? Maßband holen, haben wir ja eigentlich Zeit. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Ich hab richtig gespürt, wie die Stirn da gehen. Ja, ich hab's auch gespürt. Alter, ich bin ganz schön im Arsch, du Scheiße. Ja, ich hab's auch gespürt. Jaaa! Jawoll, komm her! Mann! Alter, ist das ne Mutti! Alter! Weiter nach links. Zieh mal nach links. 1 Meter 4. 1 Meter 4, mein Freund. Alter! Okay. Präsentieren mal. Schau ihn dir an. Schön nach vorne. Lächeln wir die. Ja, das ist die Harfe. Nur Mini-Warsche gefangen und dann kommt der Fisch. Aber er ist echt nicht schön. Jaaa! 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 Da hat Mats mal gerade die richtig dicke Mutti gefangen. Wie hast du es angestellt, Meister? Jaaa! Ich hab da hinten Richtung abgestorbenen Baum geworfen. Und hatte einen silbernen Köder dran. Relativ leicht, weil es hier nicht so tief ist. 10 Gramm. Und irgendwann hat es volle Bulle gezogen. Richtig geiler Kampf. Fetter Fisch. Groß, richtig fett und uralt, glaube ich. Die Augen, die waren so richtig trüb. Das eine Auge war, glaube ich, tot. Das war blind, das eine. Aber kein schöner Fisch, aber es hat richtig Bock gemacht. Bullseidmonster. Aber fucking Monster. Bullseidmonster. Richtig geil. Richtig geil. Und Marco fängt auch noch seinen Hecht, oder? Ja. Ich kontinuier mich auf den nächsten Empfang. Richtig geil.